Das war's, was wir hier machen. Ein bisschen Assault kämpfen. Ihr könnt gerne aber immer schon Bots fahren. Das bringt euer Team richtig, richtig weiter. Ah, wie geht das? Okay, ich hab ja dieses Fliegen, das finde ich mal richtig geil. Richtig gut gegen Austricksen oder wegfliegen. Hier siehst du, ist schon weg. Loll! Okay, ja gut, das hat ein bisschen geleckt, vielleicht... Aber ich war ja gar nicht so weit. Okay, ich muss gerade damit verlieren. Okay. Bestimmt ist der Zenilader gleich bereit. Kann ich gleich mal hingehen. Uh, was ist mit dem passiert? Loll. Wusste ich jetzt nicht, warum der auf einmal gestorben ist. Ach, mir ist sonst recht sein. Ach genau, diese Bots auch immer schön töten. Das bringt richtig, 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 richtig viel. Auf jeden Fall, das steigert richtig dein Level. Und, ja, kriegst du Geld von. Das ist richtig hilfreich. Hier hoch. Bam, alle vier Parts geknüllt auf einmal. Ah, das gibt keine Ahnung, mit goldener Rüstung. In der Zeit habe ich sehr viel Casher gesehen. Ich glaube, es gibt bald nur Casher. Die halt irgendwie cheap benutzen. Hast die irgendwie Gold bekommen? Glaube ich nicht. Ah, gleich mal das zu hier. Ich würde jetzt mal gerne wissen, wie... Die wirklich alle so viel Geld ausgeben für das Spiel. Obwohl, das ist eigentlich richtig geil. Da kann man wirklich mal ein bisschen was geben. Ah, gleich wird Abhauen von was ziehen. Keine Chance mehr. Okay, wieder volles Leben. Bum. Ah, mal ein bisschen vorschießen. Schreibt mir einfach... Ja, wir könnten mir auch in die Kommentare schreiben, ob euch das Spiel gefällt oder nicht gefällt. Wenn es euch gefällt, dann liked es. Macht Abos, schöne. Für mich. Boah. Ich habe mich hier getroffen. Oh, ne, Assassin. Ich glaube, das kriege ich mal Juice. Ahahaha. Juhu. Ah, lass vielleicht den Gana ab. ölinger Mandarin KS Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem auыng Kanal GreenieCO TV hier euer neuer moderator YAL-1 1 gut also ja heute spielen wir den Assault hier bin ich der rmxc 75 dabei haben wir den Captain Spark und den normalen Supporter den ich jetzt auch richtig geil finde eigentlich im Gegenteam haben wir Supporter und Assault wir spielen auf der Karte Gun Mountains die eigentlich richtig cool ist oh hier Commander Video kennt mich das ist ein Cheststone ok legen wir gleich mal los hier jo wie spielt man am besten mit Assault? ich würde am besten immer an der Front mitgehen natürlich immer mit dem Granatpfeffer oder mit der na ey mit dem Granatpfeffer das finde ich besser halt angreifen gleich mal hier loslegen es lag ein bisschen wegen Fraps tut mir leid ist halt so kann man sich ändern ja wie gesagt man kann auch noch ein bisschen mal rüberschießen ist aber ganz nett hier erinnern sich die Gegner immer schön so da ist der erste Supporter kriegen wir ihn ja ich weiß noch mal eine Bombe hier Booo ah da ist er wieder das Arschloch ah Wandometer ja okay aaa, so in dem vielleicht ein Speck hat er noch nie erlebt äh, bis es echt ähm, hier da muss man in die Windows-Bird in der Re... genau, in die Rekorde-Buch. Ich hab's heute nicht so gut. Auf jeden Fall werden auf meinem Kanal weitere Videos folgen von Superman in Combat wie Planetzeit. Oh, hab ich schon gestorben. Ja, wie in Planetzeit oder was weiß ich. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ich spielen soll und so. Also so schwule Spiele wie Tanki Online oder Helle Ringe werde ich nicht spielen, weil es ist einfach nur armsig, nicht wer sowas spielt. Mir gefällt halt sowas nicht. Dann könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, in welcher Konsole oder was überhaupt zockt. Mit PC oder mit Xbox oder Nintendo oder was weiß ich. Wie... Schreibt mir einfach in die Kommentare. Da freu ich mich immer schön. Gut, gut. ... Vielen Dank.